Eine sichere Burg ist für VW seit jeher die Mittelklasse und die ist jetzt auch im Elektrozeitalter angekommen. Heute steht mit mir vor der Kamera der brandneue VW ID.7. Ich werde ihn ansehen, wir werden zur Sitzprobe starten, das Exterieur und das Interieur anschauen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei hier bei diesem Video bei Autonotizen mit dem Bernd und dem VW ID.7. Auf Wiedersehen. Das bislang größte Auto auf dem MEB, dem Modularen Elektroantriebsbaukasten, wird ein wahres Weltauto. In diesem Jahr startet im norddeutschen Emden die Produktion für den europäischen Markt. Die Autos werden dann von dort auch nach Nordamerika exportiert. Außerdem wird es dann in China auch noch eine marktangepasste Variante des ID.7 geben. Hier steht jetzt das Auto, wie es dann bei uns auf den Markt kommen wird. Schauen wir uns erstmal das Exterieur an. Wir sehen eine weitestgehend geschlossene Front. Klar, wir brauchen natürlich jetzt nicht viel Kühlluft für einen Verbrenner beim Elektroauto. Charakteristisch sind mittlerweile Elemente wie die durchgehende LED-Lichtleiste. Die kommt in Verbindung mit den bei VW IQ-Light genannten optionalen Matrix-LED-Scheinwerfern. Und in der Serienausstattung wird es dann LED-Scheinwerfer geben und dann eben diese Matrix-Option obendrauf. 0,23 beträgt der CW-Wert des ID.7. Das wird nicht nur durch die Grundform, die schauen wir uns gleich an, dann mit erreicht, sondern auch durch aerodynamische Feinheiten. Zum Beispiel gibt es dann hier so Lufteinlässe vorne im Stoßfänger, die einen Air-Curtain, einen Luftvorhang um die Vorderräder dann legen und hier dann eben auch die Luftverwirbelungen auf ein Minimum beschränken. 19 Zoll Felgen sind Teil der Serienausstattung und hier an unserem Film- und Fotofahrzeug sehen wir die dann optionalen 20 Zoll Räder montiert. Der ID.7 ist kein kleines Auto. 4,96 Meter ist er lang, also ragt richtig nicht nur in die Mittelklasse, sondern auch schon in die obere Mittelklasse, in die Oberklasse hinein. Er ist 1,54 Meter hoch und 1,86 Meter breit. Er startet als fünftürige Fließheck-Stromlinien-Limousine und kein Geheimnis ist ja auch, dass dann ein bisschen später auch noch eine Variante mit steilerem Heckabschluss das Modellprogramm bereichern wird. Die Aerodynamik hatte ich angesprochen an den Vorderrädern. Wir sehen hier auch sehr stark ausgeprägte Seitenschwellern, natürlich auch ein Teil des Aerodynamik-Konzepts und bündig eingelassene Türgriffe. Das heißt, keine Bügeltürgriffe, sondern hier dann so Mulden, in die ich hineingreife. Angetrieben werden die Hinterräder. Wir haben eine permanent erregte Synchronmaschine mit 210 kW oder 286 PS Leistung. Das ist der bislang stärkste Einzelmotor in einem VW-Elektroauto. Ein ID.4 GTX hat ja mehr Systemleistung, aber die holt er sich eben aus zwei Motoren. Also hier der Motor an der Hinterachse treibt die Hinterräder an und dann wird es zwei verschiedene Varianten geben mit unterschiedlichen Akkugrößen. Im Grundmodell Pro steckt ein netto 77 kWh großer Lithium-Ionen-Akku. Brutto sind es 82 kWh. Und dann gibt es das Modell Pro S. Das hat ein bisschen eine größere Batterie mit netto 86 oder brutto 91 kWh Speicherkapazität. Und dann soll die Reichweite, die geplant wird nach WLTP-Norm, bei 700 km liegen. Beim Pro, also bei dem Modell mit dem kleineren Akku, sind es 615 km. Und das ist natürlich dann eben auch ein Verdienst der Aerodynamik. Was dann da wirklich davon übrig hat im Alltag, das werden wir dann bestimmt später in diesem Jahr oder im nächsten Jahr dann mal herausfahren können. Geladen wird hinten rechts, dreiphasig mit bis zu 11 kW Wechselstrom. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, über den CCS-Stecker am Schnelllader Gleichstrom zu ziehen. 170 kW ist die Ladeleistung in Verbindung mit dem kleineren Akku. Und das Pro S-Modell mit der größeren Batterie, mit der höheren Kapazität, soll bis zu 200 kW Ladeleistung möglich machen. Geladen wird ja nicht nur am Schnelllader, sondern bei einem Reiseauto, wie es der ID.7 sein will, natürlich auch in die Heckklappe hinein. 532 Liter misst der Kofferraum. Und er sieht schon auf den ersten Blick groß aus. Wir haben einen relativ wuchtigen Stoßfänger, über den muss man dann eben Sachen hinein hieven. Dann haben wir hier eine Ladekante, auf die es dann eben hier auf den doppelten Boden geht. Darunter sehen wir dann hier ein flaches Kellerabteil. Und dann nochmal ein tiefes Staufach, zum Beispiel für die Ladekabel. Einen Frunk, einen vorderen Stauraum, den gibt es nicht, weil vorne dann eben auch Aggregate für die Klimaanlage drin sind, Setup-Display und so weiter. Und natürlich später gewiss auch mal eine Allradvariante mit einem zweiten Motor dann an der Vorderachse kommen wird. Also wir haben hier den doppelten Ladeboden, links und rechts davon Ablagefächer. Außerdem können wir die Lehnen der Rücksitzbank federvorgespannt umlegen. Und dann fallen die zu einer fast ebenen Fläche nach vorne. Aber man sieht eben schon einen leichten Anstieg. Und um dann hier sperrige Güter einzuladen, muss man eben auch noch die starre Gepäckraumabdeckung dann wegnehmen. Und ein Rollo wäre natürlich dann ein bisschen handlicher. Die muss man dann entweder im Auto lagern oder in der heimischen Garage, zu Hause, wie auch immer. Gepäck zum Einladen haben wir nicht dabei, aber mich, wir starten zur Sitzprobe im Auto. Die Türen in den Fond sind relativ lang und der Einstieg gelingt auch gut, obwohl wir ja so eine Fließe der Karosserie haben. Ich bin 1,92 Meter groß, habe wie immer den Fahrersitz auf meine große Größe eingestellt. Und dann gibt es hier massenhaft Knieraum. Die Füße passen auch gut unter den ganz nach unten gestellten Sitz. Und ich habe die Beine zwar noch ein bisschen angewinkelt, aber nicht so stark wie bei den kleineren Modellen auf Basis des MEB. Dann kann man hier schon bequem sitzen und was auffällt, diese ausgeprägte Seitenhalt hier auf den Außenplätzen der Rücksitzbank. Da muss ich mal direkt spontan hier auf den Mittelplatz gehen. Der ist dann natürlich ein bisschen unbequemer. Dann stoße ich da auch mit dem Kopf ans Dach an. Also hier auf den Außenplätzen super. Die Kopffreiheit reicht aus. Die Kopfstütze ist hoch genug, ausziehbar und auch schön weich. In der Mittelkonsole sehen wir Lüftungsausströmer und dann auch ein Bedienelement für die drei Zonen Klimaautomatik darunter. Zwei USB-C Steckdosen haben wir, um Geräte mit Strom zu versorgen. Und die kann ich dann auch an den Rückseiten der Vordersitzlinien einfach verstauen. Wir haben hier unten ein großes Ablagefach und hier dann zwei kleinere. Wenn man zum Beispiel ein Smartphone hat, kann man das dann da reinstecken. Und das ist dann da gut aufgehoben. Kleinere Kinder sitzen mit Isofix-Vorrüstung und die Bügel sind gut erreichbar hier hinter Klappen. Da macht man also nichts an der Innenausstattung kaputt. Eine Mittelarmlinie gibt es mit zwei Becherhaltern und auch eine Durchreiche in den Gepäckraum, um zum Beispiel Skier oder andere Gegenstände dann zu transportieren. Die Oberfläche hier und auch an den Sitzwangen sieht aus wie Leder, ist aber keins. Der ID.7 hat auch einen komplett lederfreien Innenraum. Also hier ist dann eben eine Ledernachbildung und Mikrofasermaterial auf den Sitzflächen. Das sehen wir auch in der Türverkleidung. Hier sieht hochwertig aus. Klavierlack darf natürlich im modernen Auto auch nicht fehlen. Und dann haben wir hier oben auch wieder das künstliche Leder mit Kontrastnähten und so einer schönen blauen Leiste. Sieht ganz schick aus. In den Türtaschen passen zum Beispiel dann Flaschen hinein und die sind in guter alter VW-Tradition mit einem Filzteppich ausgeschlagen, dass Sachen, die da drin sind, dann also nicht wild mit dem Kunststoff herumklappern. Das war hier der erste Eindruck aus dem echteräumigen Fond des ID.7. Jetzt geht es weiter in die erste Reihe. Eine Besonderheit sind die Türgriffe innen. Die sind nämlich nicht mechanisch, sondern lösen mit einem Zug einen elektrischen Impuls aus, der die Tür dann öffnet und sehen ganz schick aus, wie ich finde. Hier vorne sitzt man sehr bequem, auch als großer Mensch. Wir haben einen ausreichend breiten und langen Fußraum. Große Sitze mit vielfältigen Verstellmöglichkeiten. Es wird dann auch Ergo-Aktivsitze geben und neu ist eine adaptive Sitzlüftung und Sitzheizung, die mit Sensoren arbeitet. Es wird eine erweiterte Sitzmassage geben und da zeigt der ID.7 dann eben auch, dass er das Topmodell der Baureihe ist. Und was ihn auch auszeichnet, hier ist eine große Mittelkonsole, die Fahrer und Beifahrer voneinander trennt. Unter der Mittelkonsole, die frei schwebt, wir brauchen ja kein Getriebe hier drin, ist ein großes Ablagefach. Und dann haben wir hier unter Jalousien auch noch Becherhalter und eine Schale, um das Smartphone induktiv zu laden. Das Cockpit ist eine Weiterentwicklung der ID-Architektur mit großen Displays. Ein 15 Zoll-Display ist neu, hier leicht zum Fahrer hingeneigt. Das schauen wir uns gleich an. Ich möchte aber erstmal hier noch mit dem Innenraum an sich sprechen, denn der ist deutlich hochwertiger, als man das von den letzten VW-Autos kennt. Klar, der ID.7 ist natürlich auch deutlich über ID.3, ID.4 und ID.5 positioniert. Aber er zeigt schon auch, dass VW die Kritik ernst genommen hat und wieder dahin zurückgeht, wo die Marke auch herkommt, eben einen hochwertigen Innenraum anzubieten. Das sehen wir hier an unterschäumten Oberflächen. Auch hier, das fasst sich alles gut an. Und auch so Details, die dann aber schon auch erfreuen, wie das Handschuhfach, das öffnet, dann gedämpft und ist komplett mit Filz ausgeschlagen. Das wirkt alles schön gemacht und gut durchdacht. Und Hirnschmalz steckt auch in den Lüftungsdüsen. Die sind hier unten und oben angebracht und das sind nicht einfach nur Lüftungsdüsen. Ich sehe auch, ich kann die jetzt hier gar nicht so mit so einem Hebelchen verstellen, denn das ist ein aktives System. Und die Luft wird dann im Prinzip, salopp gesagt, durch einen Wedel-Effekt dann verteilt und damit die Klimatisierung gesteuert. Das soll dann also auch zugfrei funktionieren. Und deswegen steckt ja so ein bisschen Phaeton auch im ID.7, weil das war ja damals noch unter Ferdinand-Pierch der Anspruch an die Phaeton-Klimatisierung, dass eben auf keinen Fall Zug auftreten darf. Das Lenkrad, auch mit lederfreiem Bezug, hat weiterhin diese Touchfelder. VW hat ja angekündigt, dass die neuen Modelle in Zukunft physische Tasten haben werden. Das dauert bei den ID-Modellen aber noch ein bisschen, weil die ja ursprünglich in der gesamten Grundarchitektur gar nicht für physische Tasten dann ausgelegt wurden. Und das dauert eben noch ein bisschen, bis das dann hier angepasst werden kann. Hinter dem Lenkrad blickt man auf ein kleines Fahrer-Informations-Display. Das wird also auch so beibehalten beim ID.7. Da sind dann alle relevanten Infos, Geschwindigkeit, Travel Assist und so weiter dann drin. Und auch der Füllstand des Akkus in Prozent und Kilometer in Reichweite. Und dann haben wir ein serienmäßiges Head-Up-Display mit Augmented Reality-Inhalten. Das ist in jedem ID.7 serienmäßig. Kommen wir vom Head-Up-Display auf das Display in der Mitte. 15 Zoll misst es, wie gesagt, ist leicht zum Fahrer hingeneigt. Was wir jetzt, weil wir im hellen Drehen nicht sehen, der Slider hier unten, der ist erstmals hinterleuchtet. Und das hilft natürlich dann auch bei der Bedienung. Ich kann dann eben auch hier über den doppelten Fingertipp, wie bisher die Sitzheizung, aktivieren und deaktivieren. Oder hier über den Touchscreen. Die Leisten hier unten und oben, die bleiben immer fest. Also komme ich dann hier auch direkt auf die Klimasteuerung und habe dann hier oben das klassische Menü. So kennen wir das. Ich kann mir das dann alles frei konfigurieren in der Anordnung, wie ich es möchte. Und dann eben hier meine, ja, keine Ahnung, Telefon, mein Bordcomputer, Navigation und sowas dann alles hier aufrufen. Also das läuft alles hier. Und wenn ich jetzt hier oben auf die Leiste drücke, dann kann ich den Fahrmodus auswählen. Eco, Komfort und Sport. Und auch individual. Und den kann man natürlich, wir kennen das, konfigurieren. Es wird ein überarbeitetes DCC-Fahrwerk mit einer adaptiven Dämpferregelung geben und auch eine Progressivlenkung. Das kann ich dann hier eben alles dann einstellen. Die Lenkung zum Beispiel auf Komfort und Sport. Und natürlich kann man beim Elektroauto, wenn man möchte, auch den Sound außen dann mit beeinflussen. Außerdem komme ich dann hier oben direkt auf die Navigation. So schauen wir uns mal die Kartengrafik an. Und dann kann ich eben hier auch, wie man es vom Tablet kennt, dann auch rein- und rauszoomen. Jetzt habe ich ganz weit rausgezoomt. Man sieht, wir sind gerade in Spanien. So, und das Meer ist, ja, nicht ums Eck, aber auch nicht ganz weit weg. Und ich komme dann hier aufs Auto-Menü. Und da kann ich dann eben auch zum Beispiel den Coming-Home- und Leaving-Home-Funktion ansteuern, die automatische Spiegelanklappfunktion und so weiter. Wenn ich diese Menüs, die wir gerade gesehen haben, nicht sehen will, dann kann ich eben hier auch die Kacheloptik aufrufen. Und dann ist alles schnell natürlich erreichbar. Auch AppConnect mit Apple CarPlay und Android Auto, so kennen wir das. Und was ich aber jetzt schon sehe, dass wir hier einen relativ flüssigen Touchscreen haben. Spotify ist hier auch als App drin. Also kann ich solche Apps auch schon mal schauen, was wir hier für einen Softwarestand haben, ob uns der Prototyp das verrät. Und da musste ich mich jetzt erst anmelden. Okay, das verrät er mir jetzt nicht. Also hier gibt es natürlich auch laufend dann die Updates bei der Software, die dann zum Beispiel auch solche Funktionen mit beeinflussen. Die Sitze sind elektrisch einstellbar. Das Lenkrad manuell in Höhe und Weite, auch in einem schönen weiten Weg. Und dann kann ich hier echt eine angenehme, schöne Sitzposition finden. Und wenn ich dann auf langen Strecken auch nachts fahre, dann kann ich auch mit Ambientelicht mir das hier ein bisschen gemütlich machen. Bis zu 30 Farben sollen dann hier einstellbar sein. Und dann findet bestimmt jeder da auch seinen Lieblingston. Die Aussicht ist, wie ich das jetzt hier zumindest im Stand beurteilen kann, gut, ich sehe einen Großteil der Motorhaube durch diese Wölbung. Und die A-Säulen sind zwar relativ flach, aber schmal. Die Außenspiegel sind nicht in so einem Spiegel-Dreieck montiert, sondern an der Tür. Und deswegen ist hier auch die Rundum-Sicht ganz gut. Aber das kann natürlich nur mal ein Fahrtest dann mit dem finalen, ungetarnten Auto auch zeigen, wie sich das dann im Alltag auch so gibt. Aber auf den ersten Eindruck wirkt es hier modern, hochwertig, gut verarbeitet. Der Slider ist endlich beleuchtet. Und wie die Klimaautomatik so funktioniert mit ihrer intelligenten Technologie, das werde ich dann auch später mal rausfinden. Ab Ende des Jahres wird der VW ID.7 dann ausgeliefert. Die Produktion startet eben ein bisschen vorher in Emden, das sagte ich schon. Die Preise sind zu dem Zeitpunkt, als wir dieses Video drehen, noch nicht final bekannt, zumindest mir nicht. Mir wurde aber gesagt, dass es bei deutlich unter 60.000 Euro losgehen soll. Klingt natürlich erstmal nach viel Geld. Aber wir haben hier ein großes Auto, fast fünf Meter lang, extrem viel Platz im Innenraum und einen großen Kofferraum. Die Serienausstattung wird schon relativ umfangreich sein. Das große Head-Up-Display mit den AR-Funktionen ist dabei. Das 15-Zoll-Enfotainment-Display mit vielen Funktionen. 19-Zoll-Felgen. Hier haben wir eben die 20-Zöller drauf. Und dann sind die Autos zum Marktstart schon ziemlich komplett ausgestattet. Natürlich wird es dann verschiedene Farben geben. Und auch, was dieses Auto nicht hat, ein neues Glasdach, was sich dann auch automatisiert abdunkelt, also elektrochromatisch funktioniert. Und zu einem späteren Zeitpunkt sollen dann auch Varianten mit weniger umfangreicher Ausstattung kommen, die dann natürlich den Basispreis auch ein bisschen senken. Außerdem kommt das Modell Pro S mit dem größeren Akku ein bisschen später auf den Markt. Und ich sagte das ja vorhin schon mal, wir dürfen früher oder später zusätzlich zur Vlies-Hack-Limousine auch einen, nennen wir ihn mal Variant, so würde er glaube ich dann nicht mehr heißen, einen Steil-Hack ID.7 dann begrüßen dürfen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch haben diese ersten Ansichten auf und Einsichten in den VW ID.7 gefallen. Mehr zum Auto gibt es wie immer auf der Website autonotizen.de. Das verlinke ich unten und ihr findet natürlich auf der Website auch den ersten Fahrbericht des noch getarnten Prototypen. Später im Jahr wird es dann natürlich auch weitere Berichte, Fahrberichte und Tests des finalen Serienautos geben. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich werde sie alle lesen und auf viele davon antworten. Lasst mich doch wissen, was ihr vom Auto haltet, was ihr von der Anmutung im Innenraum haltet und vom Design, vom Video, von was auch immer ihr loswerden wollt. Vielen Dank im Voraus dafür und danke an den Hermann fürs Filmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.